Mit dem erfolgten Rückbau des Schriftzuges am Gebäudemarkt 6 wurde die Schließung der Filiale der Commerzbank in Rochlitz auch optisch vollzogen. Mit der Schließung steht den Rochlitzer Kunden der Bank auch die Selbstbedienungszone mit Geldautomaten und Kontoauszugdrucker nicht mehr zur Verfügung. In der Filiale in Rochlitz wurden nach Angaben der Bank rund 3.500 Kunden betreut. Diesen stünden weiterhin die Filialen in Midweida, Döbeln, Freiberg und Chemnitz offen. Bargeld erhalten Kunden darüber hinaus an den Geldautomaten der Cash Group sowie in vielen Supermärkten. Im Moment werde geprüft, ob in Rochlitz alternativ ein Geldautomat aufgestellt werden kann, erklärte Sabine Schanzmann-Wei, Pressesprecherin Region Ost. Hintergrund der Schließung sei, laut Schanzmann-Wei, das veränderte Kundenverhalten und die damit verbundene strategische Neuausrichtung der Commerzbank. Es gehe dabei um ein zukunftsfähiges Filialnetz und ein komplett neues, an den Bedürfnissen der Kunden orientiertes Geschäftsmodell. Die Filiale verliere für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung, das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal. Daher soll die Betreuung über Beratungscenter, d.h. telefonisch, per Mail, Chat oder Video ausgebaut und das bundesweite Filialnetz bis Ende 2022 deutlich reduziert werden. Davon betroffen ist auch die Filiale in Midweida. Ein genauer Termin steht laut Aussage der Bank noch nicht fest. Die Filiale in Döbeln dagegen zählt zu den 450 Standorten, die auch in Zukunft für die Beratung der Kunden vor Ort zur Verfügung stehen wird, erklärte die Pressesprecherin Region Ost der Commerzbank auf Anfrage von Mittelsachsen TV.